In der Welt der Mixed Martial Arts ist die UFC das ultimative Testgelände. Innerhalb der Grenzen des Oktagons werden die Kämpfer vor Herausforderungen gestellt, die ihren Mut und ihr Können auf die Probe stellen. Aber was einige Kämpfer wirklich auszeichnet, ist ihre bemerkenswerte Fähigkeit, ein Comeback zu schaffen. Heute erzählen wir euch die legendärsten Comebacks in der UFC-Geschichte, bei denen die Kämpfer ihren Platz in der MMA-Geschichte sicherten. Nummer 1 – Mirko Filipovic Die MMA-Karriere von Mirko Krokop Filipovic hat viele Höhen und Tiefen erlebt. In den ersten Jahren zeigte Krokop beeindruckende Fähigkeiten, hatte aber auch mit starken Gegnern wie Antonio Rodrigo Nuguera und Kevin Randleman zu kämpfen, was zu einigen harten Niederlagen führte. Einer der prägenden Momente war sein intensiver Kampf gegen Fyodor Emelianenko, der mit einer einstimmigen Niederlage für Krokop endete. In diesem Kampf zeigte sich eine unerschütterliche Entschlossenheit, obwohl er erhebliche Strafen einstecken musste. Nach dieser Begegnung erlebte Krokop sowohl bemerkenswerte Siege wie seinen Sieg über Josh Burnett, als auch Rückschläge, darunter eine Niederlage gegen Mark Hunt. Diese Schwankungen wurden zu einem Markenzeichen seiner Karriere. Sein Wechsel zur UFC brachte Aufregung, aber auch einen schockierenden Kopfstoß-Knockout gegen Gabriel Gonzaga bei seinem Debüt. Nach weiteren Niederlagen waren die Fans unsicher, ob er zu seiner ikonischen Kampfform zurückfinden würde. Am Ende warf Krokops Rückkehr zum K1-Kickboxen Fragen über seine Zukunft in der UFC auf und darüber, ob er wieder an seine legendäre Kampfkünste anknüpfen könnte. Nummer 2 Oleg Taktarov Oleg Taktarovs Weg ist wirklich einzigartig, da er nahtlos von MMA nach Hollywood überging. Viele kennen ihn durch seine Filmrollen, aber man darf seine Leistungen in den frühen Tagen der UFC nicht vergessen. Zwischen 1993 und 1998 war Taktarov ein erfahrener Kämpfer in der frühen, chaotischen Ära der UFC. Er rang bedeutende Siege gegen Kämpfer wie Tank Abbott und Marcus Ross und kämpfte unentschieden gegen Ken Shamrock und Ross, wobei er seine Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellte. Trotz dieser Erfolge musste Taktarov Niederlagen gegen Kämpfer wie Dan Severn, Ransu Gracie und Gary Goodrich hinnehmen. Danach verlagerte er seinen Schwerpunkt auf die Schauspielerei und kehrte 2001 für nur einen MMA-Kampf zurück, gefolgt von einem bemerkenswerten Comeback im Jahr 2007 mit Siegen über John Marsh und Mark Kerr. Seine beiden Stoppsiege nach fast einem Jahrzehnt Auszeit vom Sport unterstrichen sein anhaltendes Talent. Nummer 3 Maurizio Rua Maurizio Shogun Rua's Karriere nahm mit seiner überraschenden Niederlage gegen Forrest Griffin im September 2007 eine unerwartete Wendung, die viele Kampfe ins Fassungslos zurückließ. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Shogun mit einer beeindruckenden Bilanz von 16-2 als dominante Kraft in Pride FC etabliert. Er hatte zahlreiche K.O.-Siege, Submission-Siege und dominante Auftritte gegen namhafte Gegner. Während er eine frühe Niederlage gegen Renato Sobral und eine merkwürdige Niederlage gegen Mark Coman aufgrund eines gebrochenen Arms hinnehmen musste, umfasste seine Liste der besiegten Gegner unter anderem Quentin Jackson, Alistair Overeem, Ricardo Arona, Cyril Diabate, Evangelista Santos und Akihiro Gono. Die Niederlage gegen Forrest Griffin war der Auslöser für Rua's Suche nach Antworten, die mehr als 15 Monate in Anspruch nahm. In dieser Zeit gelang ihm ein Sieg über Mark Colman, womit er die Herausforderungen der Vergangenheit endlich überwunden hatte. Es war jedoch seine dominante Leistung gegen Chuck Liddell, die Maurizio Ross' Comeback markierte und seine Rücke als Spitzenkämpfer in diesem Sport signalisierte. Nummer 4, George St. Pierre. George St. Pierre oder kurz GSP ist eine große Nummer in der MMA-Welt. Obwohl er die meisten Kämpfe dominiert hat, hatte er eine schwere Zeit, die sich in eine ziemlich coole Comeback-Story verwandelte. Es mag sie überraschen, GSP auf dieser Liste zu sehen, denn er hatte nicht so viele Rückschläge wie andere Kämpfer. Aber die Sache ist die, er hatte diese historische Niederlage, die ihn bis ins Mark erschütterte. Diese Niederlage war gegen Matt Sarah. Zunächst ging GSP wie ein Champion damit um, zollte Sarah Anerkennung und nahm die Niederlage mit Anstand. Aber der Schock und der Medienrummel forderten ihren Tribut von ihm. Es gab Geschichten über persönliche Kämpfe, Familienprobleme und verschiedene Herausforderungen, die sein Leben ziemlich turbulent machten. GSP begann das Rampenlicht zu meiden und zeigte sogar ein wenig Bitterkeit, was für ihn ungewöhnlich war. Es dauerte über ein Jahr und einige Kämpfe, bis er in einem Rückkampf gegen Matt Sarah eine Chance auf Wiedergutmachung bekam. Aber raten Sie mal, er kam stark zurück, besiegte Sarah überzeugend und verteidigte seinen Titel anschließend erfolgreich gegen John Fitch und BJ Penn. So kam er zurück an die Spitze. Nummer 5 Quinton Jackson Die MMA-Karriere von Quinton Rampage Jackson hat einige verrückte Höhen und Tiefen erlebt. Er steht auf dieser Liste, weil er nach einer wirklich peinlichen Niederlage gegen Forrest Griffin ein episches Comeback hingelegt hat. Rampage war für seine Wildheit und seine Siegesserien bekannt. Er schlug harte Gegner mit links und rechts nieder. Doch dann kam der Schock. Er verlor gegen Forrest Griffin durch einstimmige Entscheidung. Diese Niederlage war ein schwerer Schlag, denn er hatte gerade seine UFC-Meisterschaft im Halbschwergewicht verteidigt und war gerade Trainer bei The Ultimate Fighter geworden. Der Verlust des Gürtels gegen einen Kämpfer, den er vielleicht unterschätzt hatte, brachte Rampage völlig aus dem Konzept. Kurz darauf wurde er in einem Unfall mit Fahrerflucht und eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei verwickelt. Wie dem auch sei, es war klar, dass er den Verlust des Gürtels nicht gut verkraftet hat. Wenn es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei kommt, weiß man, dass etwas nicht stimmt. Die Leute fragten sich, ob dies das Ende seiner Karriere bedeuten würde. Aber das Tolle daran ist, dass Rampage nur 5 Monate später wieder im Oktagon stand. Er trat gegen Wanderlei Silver an, den einzigen Kämpfer, der ihn jemals zweimal besiegt hat, und er gewann. Es folgte ein Sieg über Keith Durdean. Nummer 6 Royce Gracie Royce Gracie ist eine echte Größe im MMA. Er ist dafür bekannt, dass er Gracie Jiu-Jitsu schon früh ins Rampenlicht gebracht hat. Damals war Royce eine Bestie in der UFC und gewann 3 oder 4 Kämpfe in einer einzigen Nacht, oft schneller als eine Runde heute. Seine Geheimwaffe war sein Submission-Game, mit dem er Typen ausschaltete, die viel größer waren als er. Aber seine Strategie hatte einen Nachteil. Normalerweise schlug er seine Gegner nicht K.O., sondern zog es vor, den Kampf auf dem Boden zu verlagern. Das funktionierte so lange gut, bis die Gegner herausfanden, wie sie sich dagegen wehren konnten. Die Dinge gerieten ins Wanken und Royce verschwand zwischen 1995 und 2000 aus dem MMA. Im Jahr 2000 gab er ein Comeback, doch der letzte Kampf war eine denkwürdige Niederlage gegen Kazushi Sakuraba. Royce blieb dabei und kämpfte noch 3 weitere Male, alle an Silvester. Dann, 2006, kehrte er mit fast 40 in die UFC zurück, um gegen den Weltergewicht-Champion Matt Hughes anzutreten. Er zeigte Herz und Entschlossenheit, selbst als sein Arm ausgekugelt wurde. Er hat vielleicht nicht gewonnen, aber er hat gezeigt, dass er es immer noch drauf hat. Nummer 7 Matt Serra Matt Serra ist vielleicht nicht jedermanns erste Wahl, aber sein Weg von den Kämpfen im Sport bis in die höchste Ränge ist unbestreitbar bemerkenswert. Serra war der erste Amerikaner, der unter Renzo Gracie den schwarzen Gürtel im brasilianischen Giojitsu erwarb. Seine frühe UFC-Karriere war jedoch von Inkonsequenz geprägt. Er nahm von UFC 31 bis UFC 53 an mehreren Veranstaltungen teil, aber die Hälfte dieser Kämpfe endeten mit Niederlagen und es war schwierig für ihn, namhafte Gegner zu besiegen. Eine deutliche Niederlage gegen Caro Parisian bei UFC 53 führte dazu, dass Serra 2005 aus der großen Liga ausschied. Dennoch kehrte er durch die Reality-Show The Ultimate Fighter auf dramatische Weise in die UFC zurück, gewann die vierte Staffel der Show und sicherte sich einen garantierten Titelkampf gegen George St. Pierre. In einem überraschenden Kampf besiegte Serra den stark favorisierten GSP und holte sich die Welter Gewichtsmeisterschaft. Nummer 8 Antonio Rodrigo Noguera Die Karriere von Antonio Rodrigo Big Knock Noguera ist ein Beweis für seine Fähigkeit, sich von Widrigkeiten zu erholen. Selbst nach einer schweren Niederlage gegen Frank Mir ist klar, dass man ihn niemals unterschätzen sollte. Das Talent von Big Knock geht über die MMA-Welt hinaus. Er überlebte, als er im Alter von 11 Jahren in Brasilien von einem Lastwagen überfahren wurde und lag 1987 in Südamerika vier Tage lang im Koma. Diese lebensbedrohlichen Situationen hätten die meisten Menschen nicht überlebt, aber Nogueras Entschlossenheit ermöglichte es ihm, sie zu überwinden. In der Welt des MMA fand sich Noguera oft in prekären Situationen wieder, selbst bei seinen Siegen. Ein denkwürdiges Beispiel ist sein Kampf gegen Bob Sapp, einen Mann, der ihm um sage und schreibe 150 Pfund überragte. Noguera musste in der ersten Runde eine Trachtfrügel einstecken, schaffte es aber zu überleben und Sapp mit einem Armhebel zu unterwerfen. Vor seinem ersten Kampf gegen Fyodor Emelianenko hatte Noguera eine Siegesserie von 13 Kämpfen hingelegt. Obwohl er den Pride FC Schwergewichtsgürtel inne hatte, verließ er diesen Kampf angeschlagen und mit blauen Flecken. Dennoch kam Antonio Rodrigo zurück und holte sich den Interimsgürtel mit einem beeindruckenden Comeback-Sieg über Mirko Krokop zurück, der ihn in den ersten Runden dominiert hatte. Seine Kämpfe gegen Fyodor Emelianenko waren brutale Kämpfe. Dennoch schaffte es Noguera dreimal gegen Fyodor Emelianenko in den Ring zu steigen und die Geschichte zu überleben. Er kehrte sogar von diesen harten Kämpfen zurück, um die UFC-Schwergewichtsmeisterschaft zu gewinnen. Er überwand frühe Widrigkeiten gegen Tim Sylvia und gewann durch Unterwerfung mit einem Guillotine-Joke. Nummer 9 Randy Kocher Die Comeback-Geschichte von Randy, The Natural Kocher, ist ein bekanntes und gefeiertes Kapitel der MMA-Geschichte. Seine Rückkehr aus dem Ruhestand im Alter von 43 Jahren, nur wenige Monate vor seinem 44. Geburtstag und sein Kampf gegen Tim Sylvia um die UFC-Schwergewichtsmeisterschaft bei UFC 68 sind legendär. Kocher hatte sich bereits lange vor seinem Comeback als MMA-Ikone etabliert. Er machte sich einen Namen, in dem er Vitor Belfort besiegte und 1997 seinen ersten Titel im Schwergewicht von Maurice Smith gewann. Ein weiterer Schwergewichtstitel gelang ihm im Jahr 2000 durch einen Sieg über Kevin Randleman. Im Laufe seiner Karriere wechselte Kocher jedoch auch in andere Gewichtsklassen. Überraschend wechselte Kocher die Gewichtsklasse um gegen Chuck Liddell, um die Interimsmeisterschaft im Halbschwergewicht anzutreten, die er auch gewann. Später vereinigte er die Meisterschaft, indem er Tito Ortiz durch einstimmigen den Beschluss besiegte. Trotz seiner Erfolge hatte Kocher mit Herausforderungen zu kämpfen, darunter eine Niederlage gegen Liddell und ein erfolgloser Versuch, den Gürtel im Halbschwergewicht zurückzuerobern. Schließlich zog er sich vom MMA zurück und wurde in die UFC Hall of Fame aufgenommen. Ein Jahr und einen Monat nach seinem Rücktritt kehrte Kocher in das Oktagon zurück, um gegen den überragenden Schwergewicht-Champion Tim Sylvia anzutreten, der 1,90 Meter groß war. In einem Kampf, in dem Kocher Sylvia dominierte und den Champion in den ersten Minuten sogar zu Boden brachte, wurde Randy Kocher zum fünffachen Champion und, bemerkenswerterweise, zum ältesten Titelträger in der Geschichte der MMA. Nummer 10 Frank Mir Frank Mirs Comeback in der MMA ist nicht nur wegen seines Könnens bemerkenswert, sondern auch wegen der Gegner, denen er sich bei seiner Rückkehr ins Oktagon stellen musste. Mir kann eine Bilanz von zwölf Siegen vorweisen, darunter sieben Submission, zwei technische Knockouts, zwei Entscheidungen und ein Sieg durch Disqualifikation. Zu Mirs bemerkenswertesten Siegen zählen Submission gegen Minotauro und Brock Lesnar sowie eine denkwürdige Submission gegen Pete Williams durch einen Schultergriff. Seine Karriere umfasst jedoch auch drei umstrittene Niederlagen, die alle durch Niederschläge in der ersten Runde beendet wurden. Was Mirs Comeback so außergewöhnlich macht, ist die 20-monatige Unterbrechung seiner ansonsten aktiven Kampfkarriere, die von Juni 2004 bis Februar 2006 dauerte. Diese Pause war nicht freiwillig, sondern eine Notwendigkeit. Im September 2004 stieß ein Auto mit Mirs zusammen, als er mit seinem Motorrad unterwegs war und verursachte eine traumatische Verletzung. Sein Oberschenkelknochen war an zwei Stellen gebrochen, sein Knie schwer beschädigt und er musste sich einer umfangreichen Operation unterziehen. Verständlicherweise wurde ihm während seiner Genesung der Titel aberkannt. Es gab Zweifel an Mirs Karriere und einige meinten, dass er, selbst wenn er körperlich in den Kampf zurückkehren könnte, nur noch ein Schatten seiner selbst sein würde. Diese Zweifel verstärkten sich nach frühen Tika-Eoni-Niederlagen gegen Marcio Cruz und Brandon Vera bei seiner Rückkehr ins Oktagon. Frank Mir zerstreute diese Zweifel jedoch mit einer Reihe bemerkenswerter Comebacks. Zunächst sicherte er sich einen Submission-Sieg gegen Antoni Hardonk, gefolgt von einem anspruchsvollen Submission-Sieg gegen Brock Lesnar und einer dominanten Leistung gegen Noguera, um einen Teil des Schwergewichtsgürtels zurückzuerobern. Wenn euch diese legendären UFC-Comebacks gefallen haben, vergesst nicht unseren YouTube-Kanal für weitere spannende MMA-Inhalte zu abonnieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst. Bis bald!